Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind nur noch vier Tage vor der nagelneuen Call of Duty Season, Season 5 MW3 und dürfte ja die vorletzte Season eigentlich sein. Danach werden wir eine vorletzte oder es kommen noch zwei, ich bin mir nicht ganz 100% sicher. Wir sind ja kurz davor, dass wir die Beta spielen können, Ende August. Letztes Video, abchecken alle Infos dazu. Es kommt jetzt ein neuer Tag auf Vibe in den nächsten zwei bis drei Wochen. Es wird Stalker 2 erscheinen in den nächsten vier Wochen. Das heißt, an Games kommt jetzt einiges. Und normalerweise könnte man erwarten, dass so eine riesige Franchise wie Call of Duty, was sie ehrlich gesagt nur noch von den Verkaufszeiten ist, nicht mehr von der Faszination, die COD mal gebracht hat, eine gute, vernünftige Season aufstellt. Und alles, was in der Season ist, zeige ich euch, ist aber ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend und eigentlich nicht allzu viel. Das ist die Roadmap, die wir jetzt mittlerweile bekommen haben. Dazu gab es und gibt es ja diesen Einführungstrailer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zum einen ist das Interesse an Modern Warfare 3 und Call of Duty ja nicht nur bei mir, sondern bei unfassbar vielen Leuten, entweder gar nicht mehr da oder super gering. Das liegt zum einen daran, dass sich alles wiederholt, dass wir keine spannenden neuen Sachen bekommen. Wir bekommen überhaupt gar keine interessanten Events, die man irgendwie über Tage oder Wochen zusammen mit Freunden grinden kann. Das liegt an frustrierendem Matchmaking. Es hat so viele Gründe. Aber immer, wenn dann so eine neue Season kommt, denke ich mir eigentlich, dass jetzt doch eine gute Möglichkeit ist, ein paar Spieler ranzuholen, vielleicht ein bisschen interessante Sachen reinzubringen. Start ist ja hier 24. Juli. Also ihr seht das Video am Samstag wahrscheinlich oder am Sonntag. Das heißt in drei oder vier Tagen. Und dann guckt man hier so durch und sieht, die STG kommt wieder. Passt natürlich, weil STG, wir sind auf dem Weg zu einem Black Ops Teil. STG, Slashhammer, Black Ops hat immer ganz gut gepasst alles. Dann kriegen wir die Aesthetic. Dazu kriegen wir einen Spare und den Torque. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als Pfeil und Bogen. Und dann guckt man hier Superstore, Point of Interest und denkt sich in Warzone, das hatten wir so schon mal. Und dann geht man hier zu den Karten und es gibt halt einfach am Start der Season zwei Karten. Bait und Yard. Das sind sechs gegen sechs Karten für den Multiplayer. Und ehrlich gesagt, endet es auch schon dort. Denn Zellship und Tornoxid sind zwei bereits bestehende Map-Varianten, die ein anderes äußerliches Aussehen, Ambiente bekommen. Aber die gleichen Karten sind wie vorher. Und dann hat man so sechs Modi, wovon die Hälfte erst zur Mitte der Season kommt. Und das war's. Und dann ist man mit dem Multiplayer fertig. Also mit dem Teil, für den wir alle 80 Euro ausgegeben haben. Und das, was dann hier an Skins kommt und so, das ist kein Inhalt eines Games, sondern das sind Cosmetics, die man verkauft, weil man Geld machen möchte. Dazu kriegen wir Supreme Resurgence. Ich weiß noch nicht, wie das ablaufen soll. Habe ich nicht zugelesen. Hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal. Und Superstore Resurgence. Diese Sachen, Leute, sind langweilig und absolut nicht überzeugend und werden niemanden vor die Konsole locken. Nur dafür. Wenn man wirklich auf Games wartet und guckt, dann ist das hier das, was man die nächsten vier Wochen erwartet und wo wir uns alle drauf freuen. Aber leider eben nicht mehr die Zeit, wo es Call of Duty war, Warzone, Beaver Island oder sonstige Sachen. Nichtsdestotrotz will ich euch das einmal grob nochmal in der Übersicht vorstellen, denn es gibt ja zumindest noch ein ganz klein bisschen was zu Warzone, was ihr noch nicht gesehen habt. Es gibt einen neuen Bounty Contest, ein Public Event. Diese Events, und das ist ein Resurgence, sind einer der Hauptgründe, warum Games wie Fortnite von Epic Games zum Beispiel, was diese Kategorie angeht, meilenweit voraus sind. Ich habe das Gefühl als Creator, als Spieler, wie ihr es seid, dass, egal ob das jetzt unter Activision ist, unter Microsoft, vorher oder jetzt, dass die Entwickler und die Verantwortlichen sich überhaupt gar nicht mehr darum bemühen, überhaupt irgendwie coole neue Sachen reinzubringen. Call of Duty ist immer, immer wieder an so einer Season, so zum Beispiel die ersten beiden Seasons waren es vom Content her, finde ich dieses Jahr richtig gut, und dann wurde es immer wieder weniger. Und es ist immer so wie so eine Kuh, die weiter abgemolken wird, und da wird weiter gemolken, weiter gemolken, bis die Kuh irgendwann ausgedürrt so auf den Boden liegt, dann wird die weggeschoben, bis die neue kommt. Und genau ist es hier. Warum kriegt man das nicht hin, dass man wirklich spannende, interessante, coole Events macht? Wir kriegen ja hier zum Beispiel mit Cody Rhodes und Ray Mysterio eine neue WWE-Crossing-Section, wie man es nennen möchte. Warum macht man nicht einen witzigen, geilen Game-Mode draus, wo man irgendwie Wrestler mit Waffen spielen kann oder sonstiges? Warum ist es immer so einfach und so stupide und so stur und stumm? Und wisst ihr, was ich meine? Dieser ganzen Franchise fehlt, wenn ich mir so eine Season hier angucke, einfach komplett das Interessante daran, und das frustriert mich persönlich als Spieler einfach massiv. Für die ganzen Zombie-Fans, Zombie ist ja dieses Jahr meiner Meinung nach echt ganz gut gelungen, auch wenn es ein bisschen anders ist als das, was man aus den letzten Jahren vielleicht ein bisschen kannte. Aber es gibt die finale Story-Mission für alle Zombie-Fans, es gibt einen neuen Dark-Ether-Rift und es gibt ein paar neue Baupläne. Finde ich für die ganzen Zombie-Leute vom Content her insgesamt bisher eigentlich ganz okay. Zwischendurch war es ein bisschen wenig. Irgendwann hat nach der dritten Season Treyarch aufgehört, an Zombies zu arbeiten und haben das weitergegeben an Sledgehammer, weil Treyarch komplett Fokus auf Black Ops 6 gelegt hat. Dazu kommt, letzte Sache, Multiplayer, die EMP-Granate. Ehrliche Meinung, was in Gottes Namen soll man als Multiplayer-Spieler in der fünften Season drei Monate vor Ende eines Call of Duty's plötzlich mit einer EMP-Granate? Warum haben wir immer noch keinen Specialist-Bonus? Warum haben wir ein Modern Warfare-Game ohne Specialist-Bonus drinne? Das macht für mich absolut keinen Sinn. Call of Duty ist, was Twitch angeht, was YouTube angeht, was Zuschauer angeht, was Aufrufe angeht, aber auch komplett fernab von diesen ganzen Matrix, einfach was Fun und Interesse der Spieler angeht, selbst von denen, die jetzt mit YouTube und Twitch vielleicht wenig zu tun haben, komplett in einem Downfall mittlerweile, schon seit vielen Jahren und es wird meiner Meinung nach immer heftiger. Und es wird auch darauf hinauslaufen, dass es immer weniger Leute gibt, die sich mit Videostreams und sonstiges für Call of Duty beschäftigen, weil es einfach andere Games gibt und andere Sachen, die interessanter sind. Und da rede ich jetzt nicht von diesen schwachsinnigen Diskussionen von irgendwelchen Arbeitslosen, die als Reaction-Streamer sich jetzt Geld verdienen wollen, weil sie über die Fehltritte anderer sprechen, sondern da geht es halt wirklich darum, es gibt mega coolen Content auf YouTube und Twitch, aber nichts davon hat mit COD-Creator mittlerweile zu tun. Was Skill, Kreativität von Videos und Schnitt angeht, gibt es meiner Meinung nach in Deutschland ganz genau einen YouTuber, einen COD-YouTuber, der über viele Jahre eine extrem hohe Qualität geliefert hat, und das ist halt Haptic und auch da sieht man halt auch seit Wochen halt keine Videos mehr, weil es geht jedem Creator so. COD ist nicht mehr das, wo man sich wirklich großartig motivieren möchte, irgendwie was drüber zu machen. Und ich hoffe einfach, dass diese Season 5 mehr oder weniger schnell vorbeigeht, dass wir schnell zur Beta kommen, dass Stalker 2 schnell erscheint, dass der neue Tag auf Vibe schnell beginnt und dass wir dann Finalissimo Black Ops 6 als vielleicht erfrischendes neues COD-Game vor uns haben. Lasst mich wissen, was ihr von der Season haltet, vielleicht gefällt sie euch ja durch einige Sachen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns.